Hallo liebe Leute, viele Grüße aus der Sauna Palm Beach. Ja, ich will euch noch kurz was erzählen zu meiner Parasitenkur. Heute bin ich in den 13. Tag, morgen ist mein letzter Tag, wo ich die Parasitenkur mache, weil ich denke, dass der 14. Tag reicht, dass ich geheilt bin von den Parasiten, dass ich fast keine Parasiten und keine Pilzen mehr in mir habe. Weil ich merke das, dass ich voll Energie bin, ich fühle mich wohl, ich könnte heute sonst was machen, ich habe mich draußen hingelegt heute in der Sauna im Frühling, mir geht es gut, ich bin voll mit Power, mit Energie. Und dann sehe ich das auch an meinen, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, an meinen Stuhlgang. Da habe ich es seit drei Tagen, erkenne ich das, denn wenn ich jetzt auf Toilette gehe, früher war das immer so, ich habe immer eine halbe Rolle Klopapier bräuchte ich. Heute ist es jetzt seit drei Tagen, ist es so, wenn ich jetzt auf Toilette gehe und muss, dann geht es raus und senkt sich gleich rein, das heißt, ich bin gesund, also das senkt sich ins Wasser rein und dann, ich brauche nicht immer, ich brauche ein kleines Stück Klopapier, weil sich das in Schleim einpackt, so wie es sein muss, so wie der Darm funktioniert, das mit Schleim ist und dann geht ich raus und dann braucht ihr nur ein Stückchen Klopapier und vor allem, ich schlafe durch die Nächte, ich brauche gar nicht mehr so viel Schlaf. Ich wache früh auf, ich bin voll fit. Leute, ich kann euch das nur empfehlen, ihr müsst es nicht machen, ich habe es gemacht, mir geht es super. Okay, das war's, tschüss.